Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir die zufällige Dragon Ball Boss Skin Challenge. Mit dabei sind Son Goku, Vegeta, Beerus und Bulma. Jeder Skin hat verschiedene Aufgaben, die wir lösen müssen, um den epischen Sieg zu holen. Wenn euch das Video gefällt, das kostenlos ein Like und ein Abo da. Und benutzt auf korrekt mein Creator Code Wannabe in meinem Shop. Erste Runde, Freunde, wir bekommen direkt Son Goku. Let's go! Dann kann ich euch direkt mal die Regeln erklären. Hier ist überhaupt gar keiner. Und zwar jedes Mal, wenn wir uns aufladen, müssen wir eine andere Waffe benutzen. In seiner normalen Form ist das einfach die erste Waffe, die ich finde, von der Seltenheit. Da gibt es beim Goldene natürlich Goldene, beim Blauen Blaue. Und wenn ich die graue Stufe erreiche, darf ich nur graue Waffen benutzen. Und das Ganze wechselt nach jedem Kill. Ey, das wird so krass werden. Also eigentlich ganz einfach. Was ist das denn hier? Ist das ein Stuhlkreis oder was? Kommt doch her! Wer traut sich? Ich kann euch auch alle fertig machen. Du vielleicht, hä? Wenn ihr Probleme habt, dann f*** ich euch. Hehe, das ist aufk. Der war ja vollkommen weg. Ey, warte mal. Der Bus hat sich auch verwandelt. Jetzt seh ich's auch. Aber er hat noch vier Sterne. Jetzt weiß ich auch, wie ich Shenlong freischalten kann. Okay. Muss, glaube ich, überall Dragon Balls finden. Aber wo sind die? Ach was? Kein Bock zu suchen, Leute. Wir starten jetzt die ultimative Dragon Ball Challenge. Und natürlich direkt mit Son Goku hier. Wir müssen jetzt Ausschau halten. Die erste Waffe von der Seltenheit, die wir jetzt finden, wird unsere Startwaffe werden. Das Ganze wechselt dann einfach mit jeder Transformation. Komm schon, Son Goku. Konzentrier dich. Ich brauch eine geile Waffe in einer geilen Seltenheit. Okay, das war scheiße. Das lief hier gar nicht. Aber vielleicht können wir den trotzdem killen. Was macht der da? Ey, bleib stehen. Ich treffe nur einen Schuss. Oh mein Gott, wir haben ihn. Let's go. Konzentrieren. Er ist nicht gefinisht. Das heißt, wir werden uns noch nicht transformieren. Wir bleiben cool. Wir machen einen auf Spider-Man hier. Oh Gott, ich höre jemanden. Was willst du von mir? Ich habe immer noch nur eine Waffe. Geh weg. Was ist das? Bist du das, Bu? Sel? Was bist du denn? Das ist ja doch schlimmer gewesen. Das war Batman mit Flügeln. Habt ihr das gesehen? Was bist du denn für einer? Okay. Erster Kill. Das heißt, wir werden jetzt transformieren. Macht euch bereit, Freunde. Haltet ein bisschen Abstand. Wir werden zum Super Saiyajin. Ey, warte mal. Jetzt darf ich nur goldene Waffen benutzen. Ey, das ist ja todesschwer. Wo gibt es goldene Sachen? Oh oh. Ey, hier ist gar nichts. Das Einzige, was ich finde, ist eine Kokosnuss. Komm, Gold. Gold. Nein, das ist kein Gold. Wer wirft hier was auf mich? Hä? Wer war das? Wo kam das her? Warst du das? Oh oh. Das war keine gute Idee. Was passiert dir? Ich war das nicht. Oh mein Gott, ich war das nicht. Habt ihr das gesehen? Da ist einfach so was von oben runtergefallen. Und hat ihn getötet. Das kam von Shenlong. Das war Piccolo. Da ist einfach ein Auto runtergefallen. Ey, das war ja komisch. Oh Gott, da kommt noch einer. Ich muss weg. Ich soll weg hier. Das ist Naruto mit Son Goku. Mach Platz hier. Ey, wir können besser Freunde werden. Wie sieht es aus? Hast du Bock drauf? Son Goku versus Naruto. Oh oh, er rastet aus. Das ist gar nicht gut. Sehr uncool von dir. Ich muss jetzt los. Willst du machen und abhauen hier? Trick 17 anwenden. Und schwuppdiwupp. Son Goku fährt mit dem Auto weg. Oh mein Gott. Er ist so halb drauf. Du wirst mich nicht brechen. Du wirst mich nicht killen. Ich suche goldene Waffen. Ey, wartet mal. Da vorne ist ein Capsule-Crop-Item. Wir sind gerettet. Oh mein Gott. Wir sind gerettet. Wir können ja goldene und mythische Items einsetzen. Das habe ich ja völlig vergessen. Genau. So, Wolke her. Oh oh. Was passiert hier? Er macht Auge auf mich. Ich bin tot. Ich bin tot. Wo kommen die alle her? Ich muss hier weg. Nein. Mein Kami haben die Haare. Die da noch. Wow. Wie rastet der aus? Das Gute ist, Freunde. Ich habe hier vorne noch meinen Baum. Hoffentlich schaffen wir das. Ich habe das alles extra aufgespart, weil ich ja wusste, dass von Goku reinkommt, Kapi. Was will der denn hier? Hau mal ab, Junge. Verfolgst du mich die ganze Zeit? Yo. Der Typ hat keine Freunde. Er wird mich umbringen. Was sind das für Sachen hier? Ich nehme einfach alles mit. Egal. Wie viele Heilungen habe ich bitte? Das ist ja babagell geworden. Er hat die Dragon Ball Sachen hier vergessen. Er hat das Kami Hami H hier vergessen. Und jetzt versteckt er sich da drin. Es geht los, Freunde. Dreifaches Kami Hami H in deine Fresse, Junge. Und? Oh oh. Es klappt nicht. Es klappt nicht. Wo ist der? Ey, ich glaube, wir haben ihn, Alter. Komm doch mal raus, Bruder. Ey, warte mal. Das war der Typ aus der Lobby, oder? Ey, was machst du denn hier? Verpiss dich mal. Der spinnt ja wohl. Wir haben es gleich geschafft. Er ist tot. Wir können uns wieder transformieren. Abstand. Und boom. Super Saiyajin Blau. Das läuft ja überhaupt nicht wie geschmiert hier. Oder? Warte mal. Wollen wir jetzt nicht mehr. Weg mit dem Schmutz. Hier gibt es blaue Waffen. Das läuft doch. So, her damit. Oh oh. Jetzt schießt er auf mich. Ey, die wollen alle Ärger machen. Son Goku hat gar nichts gemacht diesmal. Der hat nur im Raum von Zeit und Geist ein bisschen trainiert. Guck mal, was der da aufgebaut hat. Was soll das hier? Ja. Zeig dich einmal. Komm, ich treffe. Ich hab getroffen. Hab ich euch doch gesagt. Sehen wir die andere Waffe? Mach ein bisschen Chichi-Chichi-Peng-Peng mit dem. Auf geht's, Son Goku mit der Wolke. Ey, ich liebe das so hardcore. Jetzt verbinden wir das Ganze. Wie den guten alten Iron Man Zeiten und... Oh oh, das war keine gute Idee. Wartet mal. Das durfte ich doch gar nicht einsetzen. Äh. Ihr habt das nicht gesehen. Oh Gott. Er darf nicht sterben. Nein, das hab ich gemacht. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich darf hier nur blaue Sachen einsetzen. Ey, der muss das jetzt überleben. Da brechen harte Zeiten für dich an. Komm schon. Das könnte sein Freund sein. Ich bin am Arsch. Ich sag's euch. Bin geliefert. Das war's. Also eigentlich könnten wir jetzt auch aus der Runde rausgehen. Mag ich aber nicht. Geht drauf. Du ekelhafter Skin. Ich hasse diese Skins. Stirb. Ich glaub, der andere ist wirklich nicht draufgegangen. Okay. Sieht trotzdem nicht gut aus für mich. Kommt echt noch einer, ne? Ich hasse das in der Zone zu feiten. Warum? Du hast doch eh keine Chance. Ey, der macht Kamian-Mir. Ja, schnell weg hier. Tschüss. Wartet mal. Muss ich mich jetzt wieder verwandeln? Ich glaub, wir werden zum Ultra Instinct jetzt. Brauchen sicheren Hafen. Werden wir das Ganze schaffen? Es ist so knapp. Ich hab nur noch 31 HP. Wie ein 31er. Oh, oh. Nein, ich bin tot. Was machen die denn an der Grenze hier? An der Zone? Ah, cool. Ich spiel Vegeta. Ey, Spider-Man, was geht? Wollen wir uns fusionieren? Mach kein Auge, Alter. Let's go. Ich werd einfach Vegeta-Spider-Man. Da ist noch einer. Oh mein Gott. Aua. Lol. Und jetzt noch mit dem hier. Ja, komm her. Wir fusionieren auch nochmal. Ey, dein Kollege will das aber irgendwie nicht. Ich werd einfach Spider-Vegeta. Da hab ich schon voll Auge. Guck mal hier. Pass mal auf hier. Ich kann auch andere Seiten aufziehen. Wir gehen beim Piratenschiff runter. Warum? Was? Dann machst du das? Macht eigentlich gar keinen Sinn. Ich glaub, Vegeta mag keine Piraten. Wird hier überhaupt einer mit? Geht bei diesem Schimmelort überhaupt einer runter? Weiß keiner, glaub ich. Ey, da sind nur zwei Leute. Kleine Planänderung, Freunde. Da will keiner hingehen. Die stehen nicht auf Piraten. Wir gehen bei Coney Crossroads runter. Das war ne dumme Idee, oder? Sind alle schon gelandet. Achso, wir dürfen übrigens jetzt nur graue Waffen verwenden. Aber ich will nicht vergessen. Die Regeln sind ein bisschen anders, diese Runde hier. Hallo? Was machst du denn hier, hä? Ey, der killt mich fast. Ja, übertreib doch nicht. Wie geht das noch nicht in seiner Form des Lebens hier? Oh nein, da kommt noch einer. Oh, verpiss dich doch. Das ist gar nicht gut. Also, ich will mich schon verwandeln, ne? Gib mir die Chance dafür. Leute, macht euch bereit. Ich hab einen Plan. Die nächste Stufe ist... Hallo, kannst du mal aufhören damit? Ey, wie viele sind hier? Egal. Das Gute ist, wir haben ja schon mal die grüne Waffe am Start. Weil ich weiß, dass wir uns jetzt gleich verwandeln können. Ey, warte mal. Ah, nein. Das ist ja voll dumm. Ich werd ja gar nicht die grüne Version. Ich werd ja die goldene. Wir werden jetzt erst Super Saiyan. Nein. Mein guter Plan. Der ist einfach vorbei. Ey. Der trifft ja jeden Schuss hier. Du kranker Freak. Ey, warte, was ist ein anderer? Ich muss hier weg. Wisst ihr was, Freunde? Wir suchen jetzt nach mythischen oder goldenen Sachen. Und ich komm einfach nochmal wieder in diese Stadt hier. Das wird der Plan CD, EFG, AHA und so weiter. Ich hab die Idee, Freunde. Wir gucken jetzt einfach, ob diese mythischen Schimmelwaffen da sind. Komm schon. Ja, let's go. Die können wir benutzen. Ich muss mich erst mal ein bisschen heilen. Die haben mich ganz schön auseinandergenommen hier. Heil dich doch. Was machst du denn? Wenn wir die Kapseln kriegen, ey, da sind wir so gut dabei. Let's go. Rift. Tschüss. Komm schon. Lass die Kapsel noch da sein. Das hat sie keiner abgezogen. Let's go. Ihr Ehrenmänner. Das könnte eine richtig geile Runde werden. Auch wenn ich erst einen Kill hab. Das läuft ja gerade schon wieder. Nein, da unten ist jemand. Er fährt mit dem Boot. Er und sein Freund wollen mich beklauen. Lauf, Bruder. Du kriegst gleich ein richtig dreckiges Kamehameha. Ich sag's dir. Ich sag's euch. Ey, da ist sogar ein Lami-Bär. Was geht? Lange nicht gesehen, Mann. Das sind alles Opfer. Ottos. Ey, aufs zu beleidigen hier. Let's go. Let's go. Wir haben das Kamehameha und die Wolke. Wir haben insgesamt sogar drei bütische Waffen. Also, wenn du das jetzt nicht schaffst, Vegeta, dann bist du echt schlecht, ne? Ich hätte fast das Lama markiert durch Zufall. Ey, Lami. Ich brauche deine Sachen. Bleib mal stehen. Das ist ein Zeichen. Wenn du auftauchst, gewinne ich meistens die Runde. Ah, stimmt eigentlich überhaupt nicht. Bleib stehen. Musst du mit dieser Waffe killen. Ich würde es auch mit dem Kamehameha machen auf korrekt, aber ich habe nicht so viele. Und ich glaube, du gönnst keine. Ja, aha. Let's go. Nächster Gegner. Muss nur irgendeinen enttiltet ausschalten. Ist gar keiner. Warte mal, ich habe einen anderen Plan. Ey, da war einer, oder? Wir nehmen einfach diesen Kampf hier an. Komm schon. Willst du einen Versus haben? Kannst du haben. Einzelkampf und so. Oh, oh. Warte mal kurz. Ich habe eine Überraschung für dich. Mach die Augen zu. Da kommt was. Wenn es freundlichen Grüße ist, ein Kamehameha. Tschüss. Er hat keine Chance. Oh mein Gott. Da bist du direkt da umgegangen, ne? Ey, was ist das denn? Hallo. Lass mal Vegeta raus. Was hast du hier gemobbt? Du bist ein Dieb, oder? Oh nein, sein Mate kommt. Ich sage euch, wir werden uns kurz verwandeln. Nächste Form und es ist Vegeta in grün. Eigentlich ist es blau, aber wir müssen das grün nehmen, weil gleich noch ein Blauton kommt. Das ist ein bisschen verwirrend. Das hat auch so komische Haare, ey. Das ist jetzt die blaue, grüne Version von ihm. So, wir dürfen nur grüne Waffen verwenden. Let's go. Der hat ja auch ganz viele. Willst du echt kämpfen? Wolltest du lieber sein lassen. Ich sage es dir ja. Wenn ich hier einmal ausraste, dann bleibt dir nichts mehr stehen. Willst du nicht, dass ich mich vergesse hier? Ey, der zählt hier. Du verarschst mich doch, oder? Ey, warte mal. Der ist gut. Der hat mich reingelegt. Du kleiner 31er. Fordere mich nicht heraus. Bleib stehen. Was kamt denn den Battle Bus? Äh, den Respawn Bus. Das hat einer angenommen. Hat einer des Würstes angenommen. Okay. Ich glaube, du hast Glück gehabt. Aber wo ist das? Wo ist die Markierung? Hä? Bin ich blind auf beiden Augen? Ich sehe gar nichts. Da hast du Glück gehabt. Ich muss leider gegen jemanden kämpfen. Wir sehen uns. Der hat ja eiskalt angenommen. Da unten ist er. Oder sie. Sie hat angenommen. Jetzt gibt es einen Kampf auf Leben und Tod. Mach dich bereit. Let's go. Ey, lauf mal nicht weg hier. Du musst mitkämpfen. Was ist denn das für ein Kampf hier gerade? Hä? Stimmt was mit dir nicht? Warte mal. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Kann das sein? Ein paar letzte Worte. Nochmal aufladen. Und tschüssi. Ähm, okay. Ja, cooler Fight. Nächste Aufladung. Wir werden die blaue Version. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Schreibt es doch gerne in die Kommentare rein, Freunde. Das Gute ist, wir haben jetzt blaue Waffen. Ey, warte mal. Nein, ich habe die eine Waffe liegen lassen. Ey, ich bin so lost. Er hatte doch blaue Sachen für mich. Das hätte so gut sein können. Ey, da ist sogar noch jemand. Bleib mal stehen. Ich muss meinen Kill-Counter ein bisschen aufbessern. Hä? Der zieht eiskalt durch. Ey, wo willst du hin, Bro? Ist das dein Ernst? Wir werden jetzt aufladen. Und jetzt wird es richtig ekelhaft werden. Jonas, sieh, war's gut. Tschüss. Ist das dein Kumpel? Wo kommt der denn auf einmal her? Er kann dich jetzt leider auch nicht mehr retten. Tut mir leid. Boah, der hat geile Sachen dabei. Eine graue. Hör auf mit dem Quatsch. Ich klaue die Waffe nicht. Ich brauche die. Guck mal hier. Und weg. Verpisst du dich. Hat es geklappt? So. Jetzt müssen wir die graue Waffe nehmen. Und dann machen wir dich fertig, Alter. Boah, der hat ja total aufgeladen. Junge, übertreib mal nicht. Am liebsten würde ich die Kamehameha machen, damit du weg bist. Geht aber leider nicht. Muss dich leider mit der grauen Waffe hier killen. Oh nein. Ich habe mich gar nicht verwandelt. Warum sagt ihr denn nichts? Ja gut. Dann graden wir jetzt erstmal ab. Um danach... Jetzt kann ich nochmal abzugraden. Was tue ich hier? Ich meine, ich war ein bisschen spät dran, aber ist ja in Ordnung. Ihr müsst überlegen, dieses Video wird am Morgen aufgenommen und es ist halt noch sehr früh. Ich bin grad leider nicht so auf der Höhe. Yo, wie geht der Tornado denn hier ab? Der rastet ja richtig aus. Ich sag euch, ich bin ab jetzt nicht mehr Spider-Man, wie geht er? Ich bin jetzt Tornado, wie geht er? Ich liebe diese Wolke. Da ist sogar ein Gegner. Das sieht jetzt schlecht für dich aus. Ich zeige dir jetzt ein 100-fach Kamehameha. Bleib mal stehen. Es geht los. Zaubertrick und Feuer. Boom. Ey, der hat ja gar keine Chance. Der war ja instant dead. Okay, das war ziemlich einfach. Jetzt aber. Boah, das ist auch ein Kamehameha. Wie sieht der denn da unten aus? Seht ihr das? Was ist denn mit dir denn passiert? Bist du genockt in der Luft? Was passiert hier? Ich blick ja gar nicht mehr durch. Dem Bruder geht es ja gar nicht gut. Was ist mit dem? Alles klar. Du hängst da ein bisschen. Ey, das sind die Spidermans. Meine Freunde. Kann ich mich connecten? Sie wollen mich retten. Hallo Kumpels. Könnt ihr mal rauskommen? Einer hat ihr euch noch? Wir haben eben fusioniert. Das muss doch was wert sein, oder? Hä? Leid mir stehen. Komm mal her. Äh, ja. Oder verpiss dich halt einfach, ne? Ehrenlos. Wir müssen jetzt genau taktieren. Oh, oh. Da ist einer. Ich darf jetzt nur noch bestimmte Waffen einsetzen. Bestimmte Kills machen. Weil sonst habe ich am Ende keine Waffen mehr. Mach doch Kamiya mehr. Oha, er hat ja wirklich eins. Oh, oh. Aus dem Weg. Ey, das ist so krass, dass einfach der Himmel dann blau wird. So, den nehmen wir jetzt mit. Erster Down. Solange der nicht gestorben ist, können wir weitermachen. Muss mich noch nicht verwandeln. Tresst das hier von Vegeta. Hätte jemals gedacht, dass einfach die Dragon Ball Skins mit Waffen rumlaufen. War ein Double Kill. Ist in Ordnung. Kann man mal so machen. So, bevor wir jetzt irgendwas machen, Leute, werden wir uns transformieren. Und zwar den ultimativen Vegeta. Auf geht es. Einfach Ultra Vegeta. Jetzt müssen wir nochmal blaue Waffen mitnehmen. Kein Problem. Hier liegt ja ein bisschen was. Wo sind die Gegner? Er ist im Busch drin. Ist das dein Ernst? Hab ich den Lockruf gemacht, oder was? Jetzt weglaufen. Ey, der macht hier einfach hide and seek in meiner Son Goku Challenge hier. Wow. Wir haben es geschafft. Blau ist durch. Jetzt verwandeln wir uns in normal Vegeta. Das heißt, wir müssen jetzt graue Sachen benutzen. Es kann sein, dass es keine grauen Waffen mehr gibt, Leute. Das ist gar nicht cool. Hier kommt doch noch einer. Ey, lass Vegeta Ruhe. Er hat euch nichts getan. Kann mich nicht bewähren. Das ist echt ekelhaft. Aber da unten ist, glaube ich, was. Was sind das für Waffen? Egal, ich nimm's einfach mit. Besser als gar nichts. Oh, oh. Habt ihr alle Jinjo-June? Das ist gar nicht cool. Was jagt er mich denn? Lass mich doch mal in Ruhe, Brudi. Wir müssen jetzt ein bisschen abwarten. Alle wollen auf Vegeta drauf. Ich check das nicht. Ich sag euch, die gehen alle auf mich drauf. Die wollen mich am Boden sehen. Der haut jetzt ab. Du kannst hier nicht durchziehen, Bruder. Das geht nicht. Oh, oh. Ich bin tot. Ich bin tot. Das war's. Ich seh mich nächste Runde mit Bulma spielen. Er ist einfach auf dem Baum drauf. Stell weg hier. Oh, oh. Jetzt kommt da noch Kamehameha. Nee, 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 Digga. Heute nicht. Nicht mit Vegeta. Der hat immer einen Plan B parat. Hat er eigentlich nicht. Na, Jungs. Wo seid ihr? Der ist auch schon wieder in der Luft. Oh, let's go. Ich hab ihn. Ihr wisst, was das heißt. Upgrade-Time in Super Saiyajin. Ist sogar ein 1 gegen 1. Wir können das Ganze schaffen. Mein Kamehameha wird ihn jetzt besiegen. Und Feuer. Oh, oh. Nein, der ist weggeflogen. Warum tust du das, Bruder? Ich hab grad shaky Hands. Ich sag's euch. Das ist die ultimative Challenge jetzt gerade. Wir werden es in drei Sekunden nochmal versuchen. Drei, zwei, eins. Und Kamehameha mal 1000. Und let's go. Ihr wisst, was siehst du. Let's go, Freunde. Wir holen ihn einfach mit dem letzten Schuss auch noch. Ich sag euch, das war kein Problem für den guten alten Vegeta hier. Ich hab immer an dich geglaubt. Ich wusste, du kannst es schaffen. Freunde, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo. Oder wenn euch das Ganze gefallen hat, tragt mein Creator-Code Wannabe im Itemshop ein. Und was geht denn da hinten ab? Seht ihr das? Wir hören uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.